Ich gehe nochmal von vorne an, aber nicht jetzt einen an Gas und Pippen, gell? Ich, das ist Standard. Okay, herzlich willkommen, liebe Leute, zu unserem Grillabend. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist der erste Grillabend jedes Jahr draußen. Yeah! Dann, danke schön, haum! Es ist kaum zu glauben, im Juli, ansonsten ist es eigentlich ja schon öfter, gell? Aber wir haben es leider immer vom Wetter her nicht geschafft. Also, vielen Dank, gell? Kurz noch ein paar organisatorische Sachen für diese Woche. Morgen kommt unsere Physiotherapeutin Brigitte. Wer Interesse hat an Massage, ähm, tralala, bitte eintragen, um die...